Als ich im Sterben lag Als ich im Sterben lag, Engel. S. I. Lay Dying, ist ein Roman von William Faulkner, der 1930 in den USA veröffentlicht wurde und den ereignisreichen Leichenzug einer armen Farmersfamilie beschreibt. Inhalt Eddie Bundren, eine arme Farmersfrau, stirbt und soll in ihrer Heimatstadt Jefferson im fiktiven Jugna-Paterfa-County beerdigt werden. Die Ereignisse auf dem Weg dorthin, 40 Meilen über die Landstraße auf einem Mauleselgespann, werden von den Mitgliedern der Familie, von Freunden und Nachbarn erzählt. Ein Staffellauf der Berichte an einen nicht in Erscheinung tretenden Protokoll anden der inneren Monologe und Bewusstseinsströme. Es wirken 15 Erzählstimmen in 59 Beiträgen mit, unter anderem der Familienvater Hans, bucklig, anfangs ohne Zähne und Gebiss. Selbst mitleidig, verschlagen, faul und feige, der sich aber doch durchzusetzen weiß. Der älteste Sohn Cash, etwas einfältig, aber geschickt, der zweitälteste Dahl, nachdenklich, immer schon für verrückt gehalten und es schließlich werdend. Der dritte, Jewel, rolleisch, hartnäckig, mutig, ein Pferdenahr, die einzige Tochter, Duidel, schwanger und still. Nach dem von Dahl gestörten Geschlechtsverkehr mit Lafay auch mit Groll gegen Dahl, der jüngste, Wadermann. Etwa fünf Jahre alt. Die verstorbene Eddie selbst sowie. Neben weiteren Figuren. Der fundamentalistische Prediger Whitfield, mit dem Eddie ihren Manons betrogen hat. Wenn auch der Leichenzug den Hauptstrang der Erzählung bildet. Wird eine Reihe von Nebenlinien in den Reisebericht zu einem komplexen Handlungsgewebe verwoben. Vor Beginn des Transports das eben noch vorgezogene schnelle Geldverdienen mit einer Fuhre Holz, das mitreiten Jewels auf dem einst ohne Wissen der Familie gekauften Pferd, die Überwindung eines über die Ufer getretenen Flusses. Der erneute Beinbruch Casches in den Strudeln. Später von der Familie mit Zement geschient. Der Verlust ihres Gespanns und der Kauf eines neuen, der Missbrauch Duidel's. Ihr von einem Arzt Gehilfen als Mittel gegen die Schwangerschaft verkauft, Eddies allmählich geruchsintensive Leiche. Die Unterordnung der Familie unter Anzes Nebenziele der Reise. Den Erwerb eines neuen Gebisses und Eddies Schwester als neuer Frau. Das alles macht aus dem Leichenzug eine traurig-komische Höllenfahrt, an deren Ende der Brandstifter Dahl ins Irrenhaus eingeliefert wird. Duidel das Geld für eine Abtreibung. Jewel sein Pferd und Casch möglicherweise einen Fuß verliert. Die Unbeirrbarkeit der Protagonisten bei der Realisierung ihres zweifelhaften Plans. Der mitunter lebensgefährliche Einsatz der Familie für das richtige Begräben des Eddies. Der Aufruhr des rohen Lebens gegen alle edlen und höheren Absichten, macht das ganze Unternehmen zu einer groteske. Ende des Themas. Danke. Danke.